Herzlich willkommen zu Adhoc24 am 11. März. Auch der heutige Morgen begann wieder mit Störungen. Der Zugriff auf E-Rezepte war praktisch unmöglich, da bei allen Apotheken, deren SMCB über Medisign läuft, nichts ging. Henrik Henke, der mit seiner Frau Stefanie die Sonnenapotheke in Bad Kötzing betreibt, ist genervt. In einer Mail an Medisign und deren Gesellschafter, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, bittet er um Stellungnahme zur seit knapp zwei Wochen anhaltenden Problematik. Henke hat sich direkt an Matthias Schellenberg, den Vorstandschef der Apobank, gewandt. Immerhin sei das Kreditinstitut Gesellschafter von Medisign. Die drängendsten Fragen liegen für Henke auf der Hand. Wer kommt für den Schaden auf und warum kommuniziert Medisign nicht mit den KundInnen? Vor allem wäre es aus seiner Sicht schön, wenn diese Störung endlich dauerhaft behoben wären. Zitat, es kommt immer wieder zu Ausfällen. Man kommt morgens rein und weiß nicht, was kommt. Wenn die Identifizierung über die SMCB nicht funktioniere, könne die Apotheke keinerlei E-Rezepte beliefern. So Henke. Während eine Störung auch diesen Wochenstart in der einen oder anderen Apotheke vermieste, freut sich der COO der Gematik, Björn Kallweit, am Wochenende noch über die geknackte Marke von 100 Millionen eingelösten E-Rezepten. Regelmäßig gibt er auf LinkedIn ein Update aus dem TI-Maschinenraum. So auch gestern mit einem Statement, das durchaus gemischte Gefühle bei der Gematik zeigt. Zitat, zum einen haben wir es mit allen Beteiligten geschafft, die wöchentliche Rate von 10 Millionen Rezepten zu halten, sodass wir am 27. Februar die 100 Millionen Marke an eingelösten E-Rezepten durchbrachen, schrieb Kallweit. Im Januar sei das E-Rezept so gut gestartet. Doch der Februar sei geprägt gewesen durch eine Vielzahl an Betriebsinstabilitäten, so Kallweit weiter. Zitat, insbesondere die Situation beim Vertrauensdienstanbieter MediSign beschäftigt uns weiterhin stark und wir arbeiten täglich gemeinsam an einer Verbesserung. Uns ist sehr bewusst, wie stark dies derzeit morgens die Nutzer im Versorgungsalltag beeinträchtigt. Mit dem Hashtag Alarmstufe Rot in rot-schwarz-weißer Optik will die Deutsche Krankenhausgesellschaft auf die prekäre Situation in den Kliniken aufmerksam machen und kritisiert dabei auch ganz offen die Reformpläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Zitat, wenn Lauterbach so weitermacht, gibt es hier bald keinen Nachwuchs mehr, heißt es zum Beispiel auf einem Motiv, auf dem ein gerade geborenes Kind zu sehen ist. Lauterbach hat dafür kein Verständnis. Zitat, mit dieser persönlichen, unseriösen Hetzkampagne will der Krankenhaus-Chef-Lobbyist, DKG, bald die Patienten verunsichern. Damit argumentiert man nicht differenzierter als die AfD. Wir arbeiten Tag und Nacht, um mit einer großen Reform das Krankenhaussterben abzuwenden. Besonders brisant? Es handelt sich um Entwürfe, die noch gar nicht freigegeben waren. Immer öfter müssen die Notdienstpläne angepasst werden. Grund ist die steigende Zahl an Apothekenschließungen. Dadurch müssen die umliegenden Apotheken kurzerhand einspringen und übernehmen. In Nordrhein-Westfalen ärgert sich ein Inhaber über die kurzfristige Anweisung der Kammer, an einem Sonntag im April die Apotheke zu öffnen. Denn er ist bereits am Wochenende davor und am Wochenende danach an der Reihe. In einem Schreiben der Kammer heißt es, dass es eine Änderung wegen einer Schließung gebe. Die betroffene Apotheke mache am 15. April zu und war eigentlich am 14. April mit Notdienst an der Reihe. Zitat, zur Sicherstellung der Notdienstversorgung wird Ihrer Apotheke dieser Dienst am 14.04.24 zugeordnet, heißt es in dem Brief. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.